Zum ersten Heimspiel in der ersten Kreisliga darf die Mannschaft von DSV Katz und Zweite Gäste von Dirkas Spalanoris für die Mannschaft herzlich begrüßen. Wir haben gesprochen, dass wir das Heimrecht tauschen, weil bei euch die Schule belegt ist. Dann kommen halt die Wirkung zu euch. Das haben wir schnell geregelt. Die Gäste von Spalanoris spielen mit Pekka, Stiegler, Steinbrecher, Baumann, Schmeer und Gode. Doppel 1, Pekka, Stiegler, Doppel 2, Steinbrecher, Schmeer und Doppel 3, Baumann, Gode. Katzwang spielt mit Soltner, Pfeile, Strobel, Vögel, Seemann und Kund. Doppel 1, Soltner, Pfeile, Doppel 2, Strobel, Vögel und Doppel 3, Seemann, Kund. Wir beginnen mit dem Doppel. An Tisch 1, das erzählen wir die Katzwanger, mit Soltner, Pfeile gegen Steinbrecher, Schmeer. Und an Tisch 2, Strobel, Vögel gegen Pekka, Stiegler. Wir wünschen den Spielen einen spannenden und fairen Verlauf. Und wir begrüßen unsere Gäste nochmal mit einem einfachen guten Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.